Das ist die Jury von ebay sucht den Superschrauber. Alles Vollblutmechaniker. Und ich bin Nils. Gemeinsam mit einem unserer Jurymitglieder besuche ich heute zwei Schrauberteams, die um den Einzug in unsere Show kämpfen. Nur eines der beiden Teams wird es in die Show schaffen und hat dort die Chance 5000 Euro zu gewinnen. Und am Ende der Staffel bekommt das beste Team sogar einen Oldtimer. Willkommen zum E-Besuch, den Superschrauber Recoil. Der Björn und ich sind unterwegs nach Möhlenbach. Björn ist Autoschrauber, leidenschaftlicher Tastatur-Tipper auch, Chip-Tuner. Und ich bin eher der, der die Schrauben dreht. Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Computer-Kram. Wen besuchen wir heute? Den Heiko und den Marc. Und die wollen uns heute mal überzeugen, dass sie schrauben können. Ja, aber Thermostat wäre ja langweilig gewesen. Das kann ja jeder. Ja, da sehen sie wenigstens was dann. Das machen wir, wenn der Schraube abreißt. Fahrwerkwechsel. Feierabend. Sie haben auf jeden Fall kittische Augen auf ihren Fingern. Und wir hoffen natürlich, dass sie Superschrauber sind. Oh, ein alter Scirocco. Das wäre auch ein geiles Auto. Und das ist euer Opfer heute. Das ist Opfer, ja. Das ist der Patient. Was habt ihr denn vor? Wir machen Ölfiltergehäusedichtung und das Rückschlagventil innen drin. Die KGE machen wir neu, weil die ist mir letztens gebrochen. Das sieht man auch. Dann Riemen kommt neu rein und Spannrolle und Umlenkrolle. Was glaubt ihr, wie lange ihr dafür braucht? Das sehen wir dann. Also das Rückschlagventil machen wir zum ersten Mal, weil das gibt es ja original nicht bei BMW einzeln. Wo ist die Hebebühne, mit der ihr das Auto hochmacht? Wir haben da einen Wagenheber. Alles oldschool. Ihr seid richtige, gute Bordsteinschrauber, wenn es manchmal genahnt wird. Ist das euer Spezialwerkzeug, von dem ihr geredet habt? Eins von vier. Eins davon, ja. Ich glaube, jetzt müsste er offen sein. Wie viele Autos hast du dann insgesamt? Sieben, also sechseinhalb. Ich habe noch einen mit einem Kumpel zusammengekauft. Aber nur BMWs. Guck mal, da ist kein Öl drin. Rückschlagventil kaputt, ne? Ja. Oh, Alter. Marc, erinnere mich dran, die Servopumpe nicht mehr so festzuschrauben. Äh, die Servobehälter. Jo. Ich habe die fast nicht aufgebracht eben. Ich glaube, irgendeine Rolle macht Geräusche. Ja. Solange sie welche macht, ist gut. Wenn sie keine mehr macht, dann musst du Gedanken machen. Schraubt ihr öfters zusammen? Das ist ja auch so ein Schrott, wo BMW da gebaut hat. Da ist ja die Belüftung für die Lichtmaschine, dass die ein bisschen gekühlt wird. Und die setzt sich gern zu mit Laub und so. Und dann wird das hinten drin halt heiß. Und dann gehen die gern kaputt. Das hat mir da gerade geknackt. War das ein Funken? Nee. Ist die Batterie angeklemmt? Ja. Lichtmaschine, Batterie. Wir können noch ein kleines Feuerwehrschlag. Da darf ich wirklich kurz unterbrechen. Ich wollte nicht echt die Batterie abklemmen. Nee, da passiert nichts. Da ist halt ein dickes Kabel, 12 Volt. Das sind nur 12 Volt. Hebe ich die Lichtmaschine jetzt raus. Da müssen wir die Hölzer dann wieder ein bisschen zurückkloppen. Dann machen wir es einfacher. Was ist dein erster Eindruck von den beiden? Sie ist sympathisch erst mal so vom Typen. Und ich glaube schon, dass sie wissen, was sie da tun. Also es macht einen sehr guten Eindruck. Was ich gut finde, dass diese Ruhe da drin ist. Klar, wenn die in die Show kommen, dann wird es stressig. Aber wenn man die Ruhe dann bewahren kann und vielleicht auch langsamer ist, machst du halt auch nicht so viele Fehler, die dich nachher Zeit kosten können. Ja, Marc, dann baue ich das jetzt aus und bringe es zu dir nach hinten, das Ölfiltergehäuse. Ja, okay, die Dichtung ist steinhart. Geht nicht kaputt, das Scheißding. Es wird jetzt fachmännisch ausgebaut. Kaputt machen kann man nichts, weil war es ja schon. Ja, das wissen wir schon. Scheiße ist das. Wenn das kaputt geht, ist das ja scheißegal. Auf dem Video sah das so einfach aus, gell? Du hältst, ich schlag. Ich hebe und du klopfst vorsichtig mal. Es kommt, kloppt nochmal. Ja, perfekt. Cool. Haben wir wieder was gelernt heute, ne? Auf jeden Fall. Das ist das alte Teil, da war so ein Plastikteil drin. Letztendlich das, was hier aus Alu, genau, was aus Alu gefertigt ist, war hier in Plastik. Das haben die Beine kaputt gebrochen, damit die da mit dem Abschlepphaken reinkommen. Und das neue Teil hier, das ist super hochwertig gefertigt eigentlich. Das ging jetzt gut rein. Besser wie raus. Ist schon drin. Ah ja. Jetzt passt. So, jetzt noch KGE raus. Genau. Die KGE steckt ja zum Teil auch in der Ansaugdrücke drin und da ist so eine Dichtung dabei, dass eben keine Luft entweichen kann. Und die war jetzt nicht dabei bei dem Kit, aber ist nicht so schlimm, weil die ist eh noch in sehr gut dazu. Das sind jetzt halt Originalteile, ne? Ja, jetzt musst du das Kabel ja so oder so wegheben. Warte mal, warte mal. Ich kann dir helfen. Jetzt ist der Heiko die ganze Zeit beschäftigt. Eine Hand an diesem Kabel, einem dicken Pluskabel, was von der Lichtmaschine bis zur Batterie geht. Und schaut, dass das nicht an die Karosserie kommt. Wenn es da dran kommt, dann macht es einen dicken Funken, wird es schön heiß. Ja, ihr wollt doch auch was sehen, oder? Ja, das stimmt. Ein brennendes Auto wäre schon heute schon auch entertainer. Aber theoretisch kannst du es ja auch ganz drauf machen, oder? Ja, da kannst du noch ein bisschen. Ja, lass es ab, bis wir alles zusammen haben. Ja. Ölfiltergehäuse. Genau. Wo ist es? Da, wo du es hingelegt hast. Da liegt es gut. Ja. Die Dichtung habt ihr noch, ne? Da sollten wir aufpassen, ich habe mal eine kaputt gemacht. Das langt schon. Und wenn du sie dann einmal löst, dann sieht man ja auch, dass die Fläche sich eingedrückt hat. Und die triffst du eigentlich nie wieder so, dass sie dann nochmal abdichtet. Das ist immer, das steht immer neu. Ja, ich habe jetzt keine. Einfach ein bisschen fester anziehen, gell? Genau. Was schätzt ihr, wie lange ihr jetzt so in dem Tempo brauchen würdet? Das zusammenbauen? 20 Minuten. Da machen wir jetzt 10 Minuten Vollstoff. 10 Minuten. Ihr. Ich drück mal Start. Na, Scheiße, die passt nicht. Ne, die bestehen zurück, dann passt die nicht. Scheiße. Wer hat die Teile bestellt? Und falsch bestellt. Mann, wer macht so was? Marc, was ist denn das unter dem Auto? Ist Kühlwasser? Probierst du? Ja. Ist Kühlwasser. Da muss ich dann noch gucken. Dann mache ich den jetzt noch rein und dann sind wir fast fertig. Wenn ich mir das ausdrucken kann, mache ich es so. Ist einfacher und nicht so ein Stress. Das könnt ihr fast noch schaffen. 30 Sekunden. Ja, fertig. Warum tauschst du da oben den Putti? Ach, weil der... ein bisschen spinnt, wenn der warm ist. Aber auch nicht immer. Und das... gibt dann von alleine Gas. Ich guck jetzt mal, wo das herkommt. Ich stopp mal eben die Zeit, Nils. Weil grundlegend haben wir das Grobe zusammen. Aber ich glaub, dass der Kühler kommt. Wir sind so bei etwa 15 Minuten. Warte, Marc, guck mal eben auf das Plastik. Ja, hier steht schon. Weil ich sag, das kommt da aus, wo das Alu in das Plastik gepresst ist raus. Da freut sich die Freundin. Mit anderen Worten, alles noch mal zerlegen dann. Whisko noch mal raus, ja. Scheiße. Fürs Heimfahren wird es lang. Scheiße. Ja, egal. Ja, dann Respekt aber für eure Zeiteinschätzung. Ihr habt gesagt, 15 bis 20 Minuten. Also mit ein bisschen Stress machen, ein bisschen Druck machen, waren es dann 15 Minuten. Also wahrscheinlich genauso dieser Puffer. Ohne Stress hättet ihr dann 20 Minuten gebracht. Cool. Achtung. So, dann starten wir den Bock mal. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Probefahrt mit dem Haffer. Ja, da ist das ganze Zeug hier raus. Ohne ist noch alles trocken. Eine Ölspur ist nicht auf dem Hof zu sehen, ne? Alles gut. Aber du bist in die Lampe und dicht sollte er auch sein. Boah, ich mach mal die Hauke noch mal los. Hier, keine Tatsachen verstecken. Oder auch nicht. Wie kommt das jetzt mit dem Wasser? Ja, Pech. Das ist ein Pech. Das ist ein Auto mit Charakter. Ja, trotzdem tut er. Richtig Zicke. Aber nur Wasser. Damit vielen Dank, dass ihr für uns geschraubt habt, dass ihr uns gezeigt habt, wie ihr so miteinander arbeitet, auch wenn es das erste Mal war. Ne, habt ihr, glaube ich, super gemacht. Gefällt mir gut. So ein bisschen hier. Kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ne, passt. Danke. Heiko, Dankeschön. Schön war's. Hat mich gefreut. Dankeschön, Marc. Gerne. Hat Spaß gemacht. Dann ziehen wir uns vielleicht in der Show, gell? Auf jeden Fall. Das war doch jetzt mal ein schönes Erlebnis. Die beiden haben gut geschraubt. Die beiden haben sich voll reingehängt. Das hat echt Bock gemacht. Das Grundprinzip passt zwischen den beiden auch. Voll, ja. Gerade auch dafür, dass die das erste Mal miteinander geschraubt haben. Wie ist es verglichen mit Alfred und Alando? Die hatte ich mir auch angeguckt im Video. Da konnte ich leider nicht bei sein. Bei meiner am Typ 3 war es so ein bisschen hakelig ab und zu. Da war man sich selber unsicher, wie geht es jetzt weiter und hat sich dann im Weg gestanden. Ich habe das Gefühl, dass die beiden heute einfach so viel akkurater geschraubt haben. Heiko und Marc haben beide einfach genau gewusst, was sie machen. Genau.